Mit 70 kmh geht es dann auf die Startziel geradezu und ab der Startlinie ist das Rennen dann eröffnet. Und das fällt hier Siegmanns sehr dicht beisammen. Das wird eine enge Haarnadel in der ersten Runde. Das crankt Motorsport. Klaus Rusch, Marc Schumacher fahren beide hinten, aber relativ hinten, ihre konstanten Zeiten. Er fährt hier in den letzten zwei, drei Runden mehr als eine Sekunde schneller als Robin Alu und hat jetzt doch nur noch weniger als 10 Sekunden Rückstand auf diesen. Und es wird richtig eng jetzt gleich in der ersten Schikane. Da fahren drei Fahrzeuge direkt nebeneinander. Huuu, Vorsicht Lars Johnson. Jawohl, das ging gut. Grimm. Richtig viel gut gemacht. Und Sebastian Grimm muss sich jetzt aber so langsam vor Lars Johnson hüten. Auf der Station gerade Lars jetzt nicht. Jetzt fahren sie aber nebeneinander. Jetzt versucht aber. Und Johnson ist vorbei. Max Schumacher macht in dicht. Versucht es aus. Das ist natürlich gefährlich. Wenn er jetzt daneben kommt und er kommt daneben. Du brennst. Und das war ein super Überholmanöver von Tobi Mantel. Und auch klasse verteidigt von Marc Schumacher, der da ausreichend Platz gelassen hat und wusste, wann er zurückstecken müsste. Von beiden, super Aktion. Angriff von Niklas Rind an Berti Fuhrmann. Die macht hier alle Kurven. Macht sie einfach mal dicht und gibt Niklas Rind eigentlich mal bis hierher. Der jetzt natürlich angegriffen wird von Niklas Rind. Setzt sich sofort daneben. Die fackelt nicht lange und geht auch gleich vorbei. Niklas Rind jetzt auf Stiebeln. Sebastian Grimm bremst sich da an den Kurven, in den Kurven sehr stark ran. Sebastian Grimm hat zu kämpfen und fährt jetzt auch in die Box. Sebastian Grimm mit einer 1-2-und-Fürze in der letzten Runde. Da scheint er riesige Probleme zu haben jetzt mit dem zweiten Reifensatz. Und das könnte ihm das Podium kosten. Er fährt jetzt wieder los. Sebastian Grimm kommt jetzt auf die Start-Zielgeraden. Das wird eng. Und jetzt zwischen Sebastian Grimm und Lars Johnson noch Marc Schumacher, der hier jetzt mit Lichthupe natürlich von Lars zugespannt wird. Lars geht da knallhart vorbei. Natürlich, er will aufs Podium ziehen. Er hat jetzt auf einmal Marc Schumacher hinter sich und der kommt ran. Also da geht es auch nochmal um Platz 9. Schumacher daneben, neben Stein, setzt sich auf die 9 wieder vor. Das Rennen wird diese Runde freigegeben, liebe Zuschauer. Dann geht es auf. Wir haben jetzt vier Runden hinter dem Pace-Radar hinter uns, anstatt von einer. Und das ist ein enger Start, ein sehr enger Start. Marcel, wer muss sich da behaupten gegen eine ganze McLaren-Brigade? David Benko, Klaus Rusch, Sebastian Grimm. Dahinter Basti, Kurzer, Yannick Behrens auf 10. Kopter, immer noch nicht vorbei. Marcel, wer hat da denn gleich schon den nächsten McLaren hinter sich, der da an der Tür klopft und vorbei will? Sebastian Grimm. Sebastian Grimm steckt da, wenn ich zurück, noch auf der Innenbahn. Basti, Kurzer auf 7, Klaus Rusch auf 6, David Benko auf 5, der natürlich auch Robin Alu jetzt aufgeholt hat durch seinen Dreh. 2 Cuts sogar. Sebastian Grimm und Yannick Behrens, beide ein Cut. Das heißt, Yannick konnte vom Cut von Sebastian sogar gar nicht profitieren. Und jetzt setzt er sich da rechts innen rein. Was für ein Überholmanöver, aus dem Nichts. Und Sebastian Grimm jetzt hier wirklich Stoßstange an Stoßstange fast schon. Sebastian zeigt sich, Peter fährt aber Kampflinie, macht da von vorne rein. Aber er wird verfolgt von Klaus Rusch, den er erstmal nicht abschillen kann, sicher. Klaus hat frischere Reifen. Den Gerd Otto auf der Elf, Sebastian Grimm durch seinen zweiten Boxestopp natürlich auf die 12 zu fallen. Und geht hier mit einem Wahnsinnsmanöver in der Dschilmel-Nürfschikane außen im Rechtsknick an der Anfahrt vorbei. Gerhard Otto hat ihm da eigentlich mit der Kampflinie alles zugemacht. Und Sebastian Grimm sagt, wenn du innen zu machst, fahre ich einfach außen um dich rum. So einfach kann es dann gehen, wenn man den gewissen Mut hat. Ja, der Tobi hat den Klaus direkt bei der Boxenausfahrt noch gerade so schnappen können. Das Fahrerfeld kommt jetzt auf Stab Ziel. Und das Rennen ist jetzt freigegeben. Grimm und Niklas Rindt, da ist ein Zweiergespann. Wird demnächst aber auch zum Führergespann mit Klaus Rusch und David Benko. David Benko hängt sich jetzt nicht mehr mehr im Getriebe vom Klaus Rusch. Rusch, ähm, ran. Rusch, ähm, ran. Lude rein, Schmidt rein, und Schmidt dreht sich in der Anfahrt zur Boxengasse. Aber wie gesagt, Klaus Ruscht immer noch im Zweikampf mit David Benko. Guck mal bitte auf Thorsten Schmidt, der ist verdammt am Längen. Warte, ich kann jetzt nicht, weil Klaus Ruscht setzt gerade zum Überholen an. Sind da gerade die russische Kanne da nebeneinander gefahren. Wir kommen jetzt auf die alte Stadt Ziel. Und Klaus Ruscht ist einmal vor... nein... Noch nicht ganz. Ja, jetzt ist einmal vorbei. Kann David Benko da noch gegen kontern? Ah... Also ich glaube, dass du Elby definitiv bis zum Rennen ender gehen. David Benko hängt sich jetzt in den Windschatten von Klaus Ruscht. Und im Regen Windschatten auch noch anbremsen, das ist ganz gefährlich. Platz 5. Klaus Ruscht, der immer noch nicht gefolgt ist von David Benko auf Platz 6. Platz 5. Klaus Ruscht, der immer noch nicht gefolgt ist von David Benko auf Platz 6. Dann auf Platz 7 haben wir ihn Sebastian Grimm, Platz 8 bis der Stein, weil die liefern sich da immer noch ein Zweikampf um Platz 5. Aber es bleibt nach wie vor spannend bei David Benko und ähm... mit Klaus Ruscht. Ja, da kommt David Benko jetzt schön aus der Kurve raus, setzt sich auf der alten Stadt Ziel neben Klaus Ruscht und geht auch ein... ja, geht eigentlich vorbei. Sebastian Grimm, Klaus Ruscht, Crank Motorsport... Bilden da P4 und P5, geschlossen als Team. Tobi Mantei, der zweite Yellowbird Crank Motorsport, also in der Zange von Yellowbird Motorsport. Und Klaus Ruscht im Windschatten von Mantei. Und dahinter Thorsten Schmidt, der versucht... Klaus, jetzt gehen sie hier fast zu viert in die Kurve, im Windschatten, im Regen. Das wird sehr eng. Und, und... Und ich bin gespannt, Klaus Ruscht ist ihn da denn leider in die Seite reingefahren, nachdem er sich gedreht hatte. Das sieht man auch so ein bisschen vorne. So, und jetzt springen wir mal wieder nach vorne. Grimm immer noch an der Stoßstange von Ruscht. Als wenn die beiden das im Training geübt haben. Hut ab, im Regen da so dicht hintereinander herzufahren, ohne Kontakte. Aber das engste Duell ist dann jetzt gerade doch das Team interne von Crank Motorsport. Nur leider denke ich nicht, dass da irgendwas passieren wird. Die beiden werden so clever sein, dass sie das Ergebnis hier so erstmal sichern wollen. Denn auch bei denen geht es ja immer noch darum, nicht abzusteigen. Klaus Ruscht ist dran an Yannick Behrens. Also Yannick scheint auch leichte Probleme zu haben. Kann sich da nicht mehr absetzen. Aber die verkaufen sich echt gut hier, die McLaren Jungs. Also das sieht bis jetzt wirklich sehr, sehr gut aus. Das Risiko ist halt immer da, aber die beiden zeigen es hier, wie auch schon andere Teams es gezeigt haben. Ich erinnere an Zeiten von Yellowbird in Liga A, wie man es im Training dann oft gesehen hat. Und auch ein paar Mal im Rennen. Sie zeigen halt gerade, wie es wirklich geht. Und das machen sie richtig gut. Ohne Zeit dabei zu verlieren. Jetzt muss Benko aber mehr nach hinten gucken, als nach vorne. Denn auch Niklas kommt jetzt langsam weg. Und Klaus sitzt ihm im Nacken. Drei Reifen. Drei Reifen nur noch für Niklas Rind. Und das sind die Esses. Und Klaus Rusch auf der Eins. Benko auf Zwei. Lude auf Drei. Wo ist Lars Johnson? Der ist auf der Acht. Der ist auf die Acht zurückgefallen. Doppelführung für McLaren in Watkins Glen. Und ich glaube, das ist diese Saison eine Premiere. Denn nicht aufgrund dessen, dass schon einige in der Box waren. Sondern wirklich aufgrund dessen, dass die Pace so gut ist. Und hier noch nichts passiert ist von Klaus. Er hat zwar vorne so einen leichten Schaden. Aber er führt das Rennen für Crank Motorsport an. Christoph Ludl auf P3. Der versucht da hinten dran zu bleiben. Dann halt eine recht große Lücke zu Sebastian Grimm. Der zweite Crank Motorsport. Der hier fast auf dem Podium auffährt. Also die sind wirklich gut aufgelegt heute. Malm Springs. Reporting für MVC Sports of America. 20 Sekunden bis zum Start der 31st Fondier Race. Auf dem Sonntag Nachmittag hier in Kalifornien. Auf der fast lane auf der Straße, ich stehe. Sometimes. Somewhere. Ich stehe. Every day. And every night. Zuschauer. Die schaden, auch wieder gesagt. en Av Board. Und diese offene Tango zu vermeiden. Die Ste진, auch wieder gesagt. Die Die дет Konzentren. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020